Sie interessieren sich für methodische Verfahren und Innovationen in Forschung und Lehre der Sozialwissenschaften und der Data Science? Dann sind Sie hier genau richtig. Was wird in den Lektionen genau besprochen und erklärt? Zunächst mal die Frage, was genau ist denn Computational Social Sciences und wozu braucht es die Computational Social Sciences? In den letzten zwei Jahrzehnten vielleicht, dass natürlich auch die Disziplin sich viel mehr Gedanken darüber gemacht hat, wie kann ich mit diesen digitalisierten Textdaten umgehen. Und deswegen arbeiten wir auch an der Entwicklung von Algorithmen, die für die Menschen verständliche Ergebnisse liefern. Sie erhalten dann einen Überblick über Grundlagen und methodologische Perspektiven der Sozialwissenschaften und der Data Sciences. Danach geht es um Fragestellungen, welche sich aus der interdisziplinären Perspektive der Computational Social Sciences erforschen lassen können. Sie lernen digitale Datenerhebung und Datenmanagement sowie digitale Datenanalyseverfahren. Sie erfahren etwas über relevante rechtliche, ethische und gesellschaftliche Fragen. Und Sie erhalten einen Einblick in Anwendungsbeispiele interdisziplinärer Forschung der Computational Social Sciences. Und ganz allgemein geht es um aktuelle Forschungsthemen sowie Herausforderungen für die zukünftige Computational Social Science Forschung. Im Namen aller Vortragenden wünsche ich lehrreiche Lektionen und ein hoffentlich baldiges Wiedersehen in anderen Lehrformaten.